Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft 3-Blog! Hi! Okay, warum haben wir stehen geblieben? Ja, es hat randomly angefangen zu schneien, als wir die letzte Episode auch gehört haben. Und der machte... Ich baue wieder Cupboardstones ab. Und Bambda lebt! Nein, ich will mir aber zuerst eine Schaufel machen. So eine Schaufel? Ja, für den Schnee! Achso. Yay! Und das darfst du übernehmen. Du bist schon so weiß. Haha. Ja, hier geblieben Holzblock. Oh, ich bin kurz vorm Verrecken von der Hongda-Anzeige her. Ah, ich auch. Oh, das freut mich aber. Okay, such mir jetzt Zeit, wenn mein kleiner Hund bellt. Deine Stimme heißt langsam. Ja, irgendwie ist das Mikro grade voll Kacke. Ähm... Kein Fluchen! Hm, schon zerblinkt... Oh je! Wollte nicht jemand Schneeschaufeln gehen? Ah ja, das muss ich. Ja! Ah, okay, ich komme jetzt dann. So, weiterfahren. Ähm, ja, warte. Ich... Nee! Okay. Ich war richtig fleißig. Noch ein Baum liegt. Na gut. Und dein Mikrofon wird schlechter. Entschuldigung. Nein. Nein, K... äh... Akis. Verwechslung. Nein! So. Hm, wir kommen allein durch unsere Baumklammtage, dem Teil dahinten ziemlich nahe. Ah, Mist. Wow, es ist mal still. Ich dachte nicht, dass das mal passiert. Okay, das wird jetzt richtig gruselig. Rausschneiden. Damn. Damn. Soll ich wieder schreien? Ja. Ja. Ich kann zwei Dinge rausschneiden. Ich schneide so viel, Leute. Gott, ich weiß schon, wie das aussehen wird. Irgendwie werde ich dann mitten im Satz abgehakt und dann werden wir mitten in Andis Satz reingehauen und dann heißt es irgendwann, ich schneide so viel und dann beschweren sich alle und ist das nicht schön. Wir schneiden aus guten Grund. Ja. Obwohl, besser gesagt, ich schneide. Nein, da ist ein Setting gerade von uns gegangen. Wie konntest du nur? Ich habe dir vertraut und du? Ähm, erinnere mich mal später daran, dass ich mit dir kurz reden muss über das Thema. Mit wem? Mit Uscio. Was? Wegen dem Schneiden. Was soll damit sein? Egal. Egal. Erinnere mich einfach später daran. Oh, jetzt... Schaufel einfach weiter. Jetzt wird's richtig intim. Äh. Kein Kommentar. Können wir dieses Dreckgebilde mal abbauen? Das nervt irgendwie. Und vergiss nicht, wir wollen nicht nur eine Baumplantage. Da wird auch noch so was anderes hingeklatscht. So von wegen, ich bin nicht nur aus Gras. Hehehe. 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 So, also ich würde sagen, äh, da wo wir jetzt Gras haben, wo die Fackel draufsteht, das wird dann quasi, ähm, so der Bereich, in dem wir dann die zweite Farm anlegen. Einfach weil es dann relativ gut hingeht. Würde ich so sagen. Why not? Und das in Roboter-Mode? Ja. Hehehe. Hehehe. Wie lange nehm ich eigentlich schon auf? Keine Ahnung, du musst auf die Uhr gucken. Klasse. Ich hab doch keine Ahnung. Und, Aki, du sagst mir mal wieder was, wenn wir schweigsam sind. Wir wollen sie doch reinlegen, ne? Okay, okay, okay. Nein, bitte, das, das ist ein Let's Play, da müssen wir kommentieren und nicht, wir verarschen Kabi, weil wir alle die Schlaufe haben. Noch ein Baum lebt. Der lebt schon die ganze Zeit. Es hat nur jemand, nur jemand, nur... Das ist Brunnhilde! Wie? Brunnhilde! Nice. Ja. Gut, den sollte vielleicht auch mal jemand abbauen. Stirb, du blutrünstiger Creeper! Ah, verdammt. Es war voll daneben. Freut mich ja, dass du Spaß an deinem Schneegeschaufel hast. Schneiden! So langsam frage ich mich, ob ich überhaupt schneiden will, weil... Wirklich, das ist momentan so viel Schneiderarbeit. Ah! Hey! Ach so, ich bin hungrig. Äh! Wer hat mich gestranken. Deine Hungeranzeige. Ich hab dich... Nein, ich hab dich nicht... Ich hab dich nicht geschlagen, ich hab dir nur ein Schneeball an den Kopf geworfen. Ach. Bei mir ist die Hungeranzeige. Okay, ich packe jetzt die ganzen Schneeball, äh, rein. Ja. Ah, gut. Krieg ich ein paar Copperstones? Es sind aber noch nicht so viele. Ah, Gott! Einfach nur ein paar. Ah! Nehmen sie! Ah! Ich sterbe! Ich hab jetzt all meine Sachen mal da rein gepackt. Keine Ahnung, einfach mal so. Ja, das kommt sicherer sein. Ich hab noch fünf Fernse und ich verliere nicht mehr. Ach so, das ist ja schön für dich. Okay, ich kümmere mich mal um den Baum, glaube ich. Ich bin grad an Verrechen. Ne, gut. Ne, gut. Wirklich. Wirklich. Komplett. Das ist nämlich verdammt viel. Uh! Ich sterbe doch nicht. Sag dich doch. Als ob ich dir zuhören würde. Loll! Du hast mir gerade eben zugehört. Nein! Lüge! Überhaupt nicht. Neu! Dann wächst ja kein Gras mehr. Das fehlt schon. Okay, sollten wir nicht zur Sicherheit hier einfach mal drei Cubblestone grundsätzlich in die Truhe tun. Wir könnten generell eine Truhe für Cubblestone anlegen. Das dauert noch. Ja. Hm. Ich weiß immer noch nicht, wie lange ich aufnehme. Tja. Sind's jetzt schon zwölf Minuten oder sieben Minuten? Machen wir Special-Folgen. Find ich toll. Ich wette, die zweite Episode ist eh länger als gedacht. Die müsste länger sein. Hm. Ich hab schon die anderen... Ich hab noch was Saplings. Soll ich da welche raufpflanzen? Ich lass das einfach drauf. Wie viel hast du denn überhaupt? Ich glaub, es ist noch ein Sapling in der Truhe. Okay, den höre ich mal. Moment, Unterbrechung. Okay. Ah, was für niedliche Unterbrechung. Ah. Und da war ich geistig, gegenwärtig rauszunehmen. Ja. Ja. Was für Beschäftigung im Real Life. Dann, dann, dann. Wir haben Real Life. Es ist unglaublich. Oh. So groß sind jetzt sind wir noch nicht. Naja, schon finde ich. Ich mein... Wir playen mitten in der Nacht Minecraft. Äh. Wir sind noch vor 0 Uhr. Äh. Ja, noch. Aber wer weiß, wie lange wir noch playen. Also ich mein, ne? Naja, wenn ich wüsste, wie lange ich jetzt schon aufnehme... Das wär wohl... Praktisch, doch. Hm. Okay. Und schon wieder fehlen Saplings... Es fehlen... Eins, zwei... Ja. Ja. Ja, besser als vorhin. Ja. Viel mehr. Bubble Stone. Hey. Den nehm ich. Ja, mach du ruhig. Meiner. Ich weiß... Ich weiß nicht, wie du ihn hin platzieren willst. Oh, ich baue jetzt sozusagen Baumplantagen mäßig. Aber mach ihn nicht weiter nach hinten, wegen dem... Sand. Ähm. Das muss doch bestimmt vollkommen nicht für den Zuschauer sein, wenn wir random rumschreien, die Setzer gibt es nach hinten. Und wir sagen nicht, wieso? Das dauert vermutlich nach der Ewigkeit, bis die beiden hochgeladen sind. Du musst es aber nochmal rausschneiden, weil gerade eben hat's ja Kabi gesagt, weswegen. Ich hab's gehört. Echt? Ja. Du hast gesagt, warum wir schneiden. Nein, ich hab gesagt, es wird für immer und ewig ein Geheimnis bleiben. Nein, du hast es gerade eben gesagt. Nein, hab ich nicht. Doch, hörst du. Habe ich nicht. Äh, hau weiter Kabi-Stones. Nein. Du hast... Du... Nein, 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 nein. Wir müssen ja alle ausbrennen. Ist das geil. Ich spreche euch jetzt nur noch mit sie und er an. Ich glaub, das ist irgendwie... Sie, du... Ja, sie ist wie sie. So. Genau. Toll, ich war in der Schule. Hurra. So. Okay, gut. Wir brauchen Licht. Es wird Licht. Es wird Licht. Es wird Licht. Da hinten vielleicht hinten. Äh... Wie viel kann man mit, ähm, Brettern, ähm, verbrennen? Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht so viel wie sonst. Ne? 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 Oh, warte. Ich hab ne Idee. Wir machen aus dem Cobblestone-Generator einen Mehrzweck-Cobblestone-Generator. Aha. Dann muss Aki nicht so blöd rumstehen. Juhu. Juhu. Arbeit. Ja, bis jetzt hab ich noch nicht sehr viel zu tun. Gut. Bin ich Holzbulle wieder. Oh, ich kümmere mich um den Baum. So. So. Stücke. Was? So. Ah, da sind die Fackeln. So. So, jetzt komm mal her, Aki. Oh. 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 Kriegst du hier eine Spickhacke? Jetzt. Stößt du dich hier hin. Wo? Da, in die Mulde. Äh. Und klopfst da, warte. Ja? Ja, der da. Super. Was bringst du das? Naja. Was bringst du das? Keine Ahnung. Und übrigens, ich glaube ich, wir nehmen jetzt dann gleich 20 Minuten auf. Schon wieder. Das bringt sofort nichts. Wobei, dank den Schneiderarbeiten. Haha. Ja, da. Eva, Eva, komm. Seit wann ist die Baumkrone da? Da hab ich mich darum gekümmert. Warte, grad. Der ist schön groß. Oh, der ist schön groß. Oh, der ist schön groß. Äh, warte. Gibt Kobi zum. Das ist nicht besonders viel. Schau, wie groß er ist. Ist er schön. Oh, jetzt beginnt die Musik. Bei mir jetzt sieht es aus. Oh. Ist das wunderschön. Ich muss die Musik mal leiser machen. Ach, kannst du... Geräusche sind eindeutig zu laut. Kannst du ruhig laut lassen, hört doch eh keinen Zuschauer. Ja, aber die ganze Zeit das Platschirm von... Oh nein. Ist viel zu laut gewesen. Irgendjemand muss den fehlhaften Cubblestone abbauen. Kann ich machen. Uh. Richtig, du hast ja eine Spitzhacke jetzt. Ja. Mehr Zweck. Die ist zwar schon voll kaputt ist, aber egal. Oh. Aufsache Spitzhacke. Ist der Baum schön. Okay. Noch eine Minute. Theoretisch. Oh, noch ein Baum. Oh. Oh Gott. Den baue ich mal schnell ab. Ja. Was schön ist aber, ich kann so ziemlich jede Folge schneiden. Eigentlich wirklich jeder. Wie wär's, wenn wir uns einfach zusammenreißen? Ja schon. Ich muss trotzdem schneiden. Einfach. Ja, ja. Ich weiß schon, aber... Wir können das ja auf ein Minimum reduzieren. So. Ne? Ja schon. Trotzdem. Ey, du kannst dich mal ein bisschen erkenntlich zeigen. Ich bin hier voll nett und... Schneiderarbeiten stehen mir trotzdem bevor. Tja. Das hast du dir selber ausgesucht, als du letzt Player wurdest. Okay. Ganz ruhig. Alles wird gut. Atmen. Na gut. Ui, er ist wieder ruhig. Juhu. Wie kann das nur gut gehen? Weiß ich nicht. Das ist zu viel Arbeit. Tja. Also Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Yay. Tschüss. Tschüss.